Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Try Not To Laugh Challenge mit einem aus dem Team Peetsmeet. Versucht nicht zu lieben. Genau, Try Not To Laugh Challenge. Heute... Eglisch-Native. Let's meet you erstmal. Bye. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Green Hell mit dem Christian, dem Bram, dem Sebastian und mir, dem Peter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, ja... Und was hat eigentlich Ladies and Gentlemen und nicht Gentlemen und Gentlewoman? Die viel wichtigere Frage ist, warum sind fast alle meine Sachen weg? Ja, wir haben nichts genommen. Du meinst ja Helmuts Lieblingsessen, ob das zu... Oh mein Gott. Helmut Kohls Lieblingsessen war Saumagen. Das weiß ich, weil ich das mal in der Folge Kitchen Impossible gesehen hab. Aber der heißt ja nicht Helmut Saumagen. Das stimmt. Oh Gott. Ich hab übrigens noch nie Saumagen gegessen. Aber die können wir wahrscheinlich nicht fehlen. Wenn du mal mit Wasser läufst, musst du immer einmal... Ja, Wasser musst du mal gucken, ob du irgendwelche Egel... In der scheiß geistigen Gesundheit ist das irgendwie wichtig. Oh ja, hab ich auch einen. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Ekelhaft? Ekelhaft? Wie mal... Also wir wissen noch nicht, wie wir da rausgehen, ne? Die McQueen hat Regie geführt? Ach, Kass. Das wusste ich gar nicht. Ja, Alter. Sonst ist der immer nur Auto in Kass. Auto in Kass? Ja, weil der Typ ja auch... Ja, ist egal. Lightning McQueen heißt der. Ich hab Kass nie gesehen. Also. Also Trav, hier ist das... Planes gesehen? Ah, da wird gespielt. Oder Trains? Bicycles? Da kenn ich nur hier, äh, wie heißt die blaue Lokomotive da? Von innen nach außen? Ist das nicht eher von außen? Aber weißt du, der da nicht der Beste wäre? Oh... Oh! Oh mein Gott. Das war... Das ist ja mal... Oh Jay, bist du doof, ey. Du kannst dafür nicht einmal ne Schüssel nehmen. Das ist alles... Das ist alles... Alter, sei hier doof. Ich hab die Ladebuchse meines Handys geflossen. Oh, shit. Das war so ne Ei drin. Das war eine absolute Sauerei. Ich hab da einfach noch ein Ei bei mir reingeschmissen. Weil ich mir dachte, okay, die Hälfte des Eis ist im Handy drin, mach ich nur ein Ei rein. Dann hab ich dann einfach... Hast du dann ein iPhone, ja? Alter. Der muss jetzt... Ich werd nie vergessen, wie damals ein Referat in der Schule dazu gemacht wurde, im Bio-Unterricht, und die quasi dann an einer Banane gezeigt haben. Und unser Lehrer fast vorlacht, vom Stuhl gefallen ist. Mega. Das heißt, bei Christian gab es in der Klasse ein Blowjob-Seminar. Ja. Nee, Referat. Warte, ey, so was hätt ich auch gerne mal gehabt, ey. Was haben die denn für ne Note bekommen? Befriedigend. Also... Jetzt schwere dich doch nicht so. Guck mal her. Da kommt der Hund in die Pfanne. Da wird ja der Hund in der Pfanne vermissen. War das das komplette Video? Ich würd das gerne wissen. Nein, das ist ein 15-Sekunden-Video. Okay, 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 okay. So aus Weinzeiten wahrscheinlich noch. Ja, genau. Man weint auf dem Video. Ja, okay, der war mies. Hey, Bram. Wow. Jetzt kann man eine grüne Achen. Aber das ist auf jeden Fall immer schneller, über den Sprung zu gehen, Jay. Ach, echt? Auch wenn du keine Sachen hast. Ja, du brauchst keine Sachen dafür. Bei 200 cc kannst du einfach mit einem Sprung quasi auf den Sprung. Also das ist kein Sprung ins Ungewisse, ja? Nee, das ist kein Sprung ins Ungewisse. Ich hätte mir den Sieg bringen können. Direkt nach der Folge bin ich dann wohl auf dem Sprung, wa? Ja, aber wir sollten alle nicht so sprunghaft sein. Eigentlich ist es kein Sprung. Eigentlich nicht. Nein, das ist doch die perfekte Strecke für mich. Dabei braucht man ein springender Punkt, weißt du. Wie wäscht sich denn einmal die Woche die Haare? Achso, ja stimmt. Das geht schon mal. Ich würde nicht sagen Frauenantwort, aber lange Haare. Wenn du richtig lange Haare hast, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass Frauen die längeren Haare haben als Männer in der Regel. Ich beginne erstmal damit, dass ihr Bein habt. Ich glaube nicht, nur während der Regel. Manche sterben halt relativ früh, einfach weil die irgendwie die erste Häutung nicht überleben. Ich denke mal, das wird halt bei meinem einen passiert sein. Ja, gefährlich sich zu häuten, ne? Ja? Aber ich würde aus meiner Haut fahren. Ein sehr wichtiger Punkt im Leben eines Einsiedlerkrebses. Orgasmus, wenn du dir Orgasmus zum Ziel setzt, dann jagst du diesem Ziel hinterher und kannst du nicht genießen. Das wirklich das Wichtigste beim Sex für die Frau ist genießen. Die Frau muss genießen. Und wenn die Frau genießt und sich einfach darauf konzentriert, was finde ich gut, was gefällt mir und so weiter, dann kommt der Orgasmus viel leichter, als wenn man sagt, okay, ich muss heute kommen, ich muss heute kommen, dann wird das nicht. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wo der Unterschied zwischen American Jerky, weißt du, was macht ein Fleisch Jerky? Ich hab das ja noch nie gesagt. Ich hab wirklich Wildschwein gegessen. Oh mein Gott. Renault R6, Opel Kadett B und Datsun führen die Menge-Liste ab. Kadett B. Was ist denn? Datsun? Was ist denn Datsun? Datsun? Daihatsu? Ach, Daihatsu. Ich hab Datsun verstanden. Ja, ich hätte jetzt gesagt, das wäre Daihatsu, aber... Was ist das denn? Was ist das denn? Was denn? Was machst du denn da, Frau? Ich kann das gar nicht mehr erklären. Wie sind die Spiele keinen Forms? Das ist ja hart. Ich hatte diese Runde einfach einen Brick vorm Kopf. Den hat er lange vorbereitet. Boah, hab ich aber ganz schön gepresst. Da hat er nur drauf gewartet, dass die Runde vorbei ist. Also ich hatte... Ja, ist das schon. Was sag ich dir gleich? Keine Twenty Bomb for you, my friend. Nee, nee, ich seh schon, du gönnst mir das nicht, wa? Du gewinnst nur häufig. Ich bin, jetzt ist auch mal genug. The reign of the Brum is over. Ja. Redet doch gar nicht. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Das ist so ein Dalu-Sproch, ey. Der war selbst Dalu zu schlecht wahrscheinlich. Der, der, nee, fand ich nicht witzig. Deswegen, aber theoretisch, wenn da mehr Zeller was gegen hätten, könnten sie natürlich... Wenn da mehr Zeller... Oh Gott. Bei der nächsten Bürgermeisterwahl könnten die sich dann natürlich jemand anders hinsetzen, der dann vielleicht den Zeller-Wochenmarkt etwas öffnet. Alles voller Pommesbuden. Das ist jetzt Last Try, glaube ich, oder? Nee. Der Vorlast? Lars. 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 Lars Try, genau. Lars Try. Und danach bist du dann wieder dran? Danach bin ich dran, ja. Danach Lars. Achso. Wenn das jetzt Lars Try ist. Gott, bin ich lustig. Mega. Richtig am Brüller, Alter. Ich bin centrist. Werde, jetzt töte mich hier mal. Volltest. Boah, das ist ja voll der Test, Junge. Oh! Ich übertreibe jetzt, aber wenn ich überlege, HDs Kopfhörer von Bose waren damals schon so unendlich teuer. Wie viel Watt haben die? Wat? Wie viel Watt haben die hier? Ja, ich vermute mal... Ich kann das 700 sagen, weil das hier 700 heißt. Oh mein Gott. Nee, nicht so richtig. Warte, ich bin da heute aber auch gut drauf, ey. Okay, ich sehe keine Wattanzahl da drin. Also, Watt... Also, das ist eigentlich die Leistungsangabe bei... Lass... Sound Sachen. Warte, Datenblatt, PDF, warte mal. Die nächste Frage lautet... Wer isst gerne Knoblauch? Also, im Sinne von wer essen oder wer wäre gerne Knoblauch? Okay, lassen wir das, ja? Ja, lassen wir das besser sein, Alter. War kommt eigentlich bei Mario Kart 9? Bei der nächsten Konsole von Nintendo, Peter. Ja, ach, Deluxe, aber ist ja voll der Bullshit. Das heißt, die Switch hat gar kein richtig eigenes Zeichen gekriegt. Ja, genau. Und eigentlich, vielleicht gibt es ja auch noch 9, tatsächlich. Kann ja sein. 9 oder 9? Ha! Ha! Jetzt mal lachen hier! Oh, Bram, ey! Geht doch. Oh, Bram, ey! Ich bin witzig! Ich bin witzig! Frage 1. In welchem Spiel von Giant Squid Studios und Five of Five Games schwimmen wir mit einem Taucher durch eine farbenfrohe Unterwasserwelt? Christian. Absu. Ist richtig gewesen. Da soll bald ein anderer Teil rauskommen. Also, ich weiß nicht, ob es von den gleichen Herstellern ist, aber, wo du auch quasi mit Delfinen und Walen und so einfach noch... Ja, heißt dann an, auf. Ich bin noch nie im Hörterspiel. Alza. Okay, gib mir zu Frage 2. Guck mal an den Kippel, da ist er doch endlich, Mann. Wieso freust du dich da drüber? Ja. Du bist so ein Mongo. Ich streng dich mal ein bisschen an. Ander doch. Ich muss dich gleich Tennis Borussia Bramstein nennen. Das ist so ein geiler Sport-Insider, den kein Schwanz verschenkt. Alle Berliner werden jetzt doch... Da lacht keiner drüber. Ich hab dann verstanden. Tennis Borussia Berlin ist die schlechteste Bundesliga-Mannschaft, die es jemals gab. Im Fußball. Tennis Borussia? Tennis Borussia Berlin heißen die. Die sind einmal aufgestiegen, irgendwann 1950. Haben fast jedes Spiel verloren. Haben, glaube ich, einen Unentschieden geschafft. Sie sind da wieder abgestiegen. Ja, ich verstehe auch. Wenn ein Tennis-Liga zum Fußballspiel geht, dann kann man nicht verlieren. Okay. Verstanden, aber lustig. Get down to the, to the B-side. Outro 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 Outro